So viele Inseln hatten sie auch noch nicht. Okay. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Normale Operation bei Nordwonga. Komm. Später dabei. Warte mal, ich bin auf dem Testdorf. Fahr, gib Gas. Ja, kein Geschwür, die Runde geht los. Du bist doch drinnen. Verstanden. Richtschütze, suche nach Zielen. Wir haben ja heute Bananen gekauft. Und eine Gucke, Alter. So Unis und alle. Die müssen mein Körper eine Woche dort vorbereiten. Erstmal. Mit ganzem Gemüse. Besser. Körper sind ja eher auf das. Was für ein Zeug. Guck ich denn nicht. Doch immer 10er. Aber die sollen ein paar mehr acht dabei. Das ist nur ein. Das ist schlecht. Guck mal, wir haben da keiner mit hier. Ah. Ja. Ja. Toll. Keine Rückträger. Tink. Ja. Tink. Tink. Äh. Da. Tink. Tink. Keine Ahnung. Mach dich. Ich bin mal vorher gefahren und hab nicht so lange überlebt. Mit der Elefran. Ich bin nah von der PV. Von so einem PV von die da. Naja, wissen wir was ich meine. Tinko, rechts. Oh, alles rot. Alles rot. Alles rot hier bei dem Sena. Oh ja, die drauf schießen. Weil er zeigt mir seine Seite, sein Eck. Doch, du musst mal ein Stück unter der Kanone gucken. Ja, kann ich gar nicht, aber da ist nichts. Guck ja gerade, geh schon ganz langsam. Ich muss durchlaufen. Keine Effekte. Er muss fahren mit der Welt. Identifizieren. 2, 3, 4. Wir wurden getroffen. Verschluss ist getroffen. Er muss fahren mit der Welt. Oh, scheiße. Bunker hat mir kaputt geschossen. Achso, bist du ja. Ich wollte gerade sagen, ich stehe schon wieder auf Geld. Nee. Aber das gleich ist irgendwie... Viele Kinder helfen ja. Ja, weil die bei... Zwei rumhängen? Nee, da kann ich schon links abgerufen. Ja. Nein, da kippt man die Fülle. Die Snipern. Ja, ja. Den Daumen haben wir jetzt. Da sind wir ja auch schon wieder auf der Verlierer Straße. Nee, das hat alles noch nicht. Was machst du so einfach? Ah. Wir kommen erst mal feindliche Bomben auf die. Ja. Mal gucken mal, wer steht hier. Kappen kann hier. Das braucht man sowohl. Aber dann bist du ja da so offen. Das wirst du ja nicht überleben. Das wirst du ja nicht probieren. Das wird aber trotzdem. Nicht so wegsnipern die Kollegen. Ich bin ja spät. Ja. 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 Na, Freund, das hat dir nicht gerechnet, oder? Ja, dummher Dreck hier, Achter. Wo ist denn du mit den Bomber da aubern? Meiner, ich habe hier gerade zu tun hier. Ich bin ja bei euch, ganz erträum. Oh mein, das ist doch nicht drin. Wie du lebst denn? Ah, mein Held! Ich hab gerade einen Russen rausgenommen. Mach mich auf! Scheiße. Ah, schön. Jetzt mal rückwärts. Traumlatt nach hier. 2, 2, 3, 4, 4. Ha! Arbeit hier, dein Rohr kommt wieder in den Scheiß. Gute schön. hat die kohle vom eigenen luftangriff wurde gerade naja gar nehmen doch so ein gewinner duplo Wir haben eine Kiste gekriegt, dann haben wir sie gekriegt. 313.610. So. 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 Dann wir schon, nächstes Mal. Tsch tsch tsch.